hallo und herzlich willkommen zum neuen video es ist donnerstag der 22 dezember 2022 wir öffnen auch heute das adventskalender türchen und beginn macht der erste penny adventskalender hier unten ist das türchen und es kommt der mond zum vorschein hier bei dem zweiten penny adventskalender da ist es türchen geht es jetzt weiter kommt ein teddy bear mit geschenk zum vorschein ja heute in zwei tagen ist heilig abend kommen wir nun zu dem adventskalender den sowohl im penny als auch im aldi gab den minions ich ihn aber aus dem penny habe da ist das türchen man kann es so nicht erkennen und ich würde sagen wir lassen es mal so stehen wenn ich jetzt hier so hin halt hier bei dem kaufland adventskalender da ist es türchen müssen wir natürlich aus türchen aufmachen und da kommt ein schlitten zum vorschein jetzt sind wir hier bei dem häusler adventskalender wenn ich es richtig sehe ist es ein clown so jetzt kommen der adventskalender den ich tatsächlich aus dem aldi habe da ist es türchen und kommt natürlich dasselbe raus wie im minions und damit sage ich mal bitte like das video lassen abo da wir sehen uns dann morgen